Moin Leute, ich habe hier ein cooles Spiel entdeckt. Es heißt Not Again. Wie ihr seht, es lädt nicht. Ähm. Ähm. Äh. Doch, es lädt. Ganz langsam. Boom. Boom, da hat er die Kamera aufgedeckt. Äh, ja. Der Kabel kann weg. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu gehört, dass es nicht lädt, aber... Ja. Ah. Better with audio. Oh. Äh. Englisch. Oh. Alter, diese Geräusche. Not Again by Kamisoto. Vermutlich nicht gemacht bei... Kannst du nicht schnell genug lesen. Da ist kein Spiel. Ach. Hallo? Schade. Was denn? Okay. 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 Ich bin immer noch da, dude. Cool. Tipp, tipp, tipp. Oh. Oh, lol. Das war... Da war... Ja. Ja, nice. Lol. Ich hab das Game im Kopf. Sag ich doch. Ja, ich bin doch dabei, Mann. Ja, das ist kein Spiel. Ja, ja. Oh, Leute. Da ist was. Was ist das? Ich will wissen, was es ist. Kann ich da hoch suchen? Oh. Was bist du? Muss ich da irgendwie... Ah, ja. Ich wollte es eigentlich jetzt... Oh, Junge. Spannend. Hui. 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 Yep. Was ist das? Ah. Nein Kann ich jetzt kurz kloppen? Wo ist das? Nee, tschüss. Wo ist das H? 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 Das H? er wird Prozent können wie die Kürtel hat er nicht kaputt er achte können dann er wurde verkündet r fahrrad ist zu verständlich von mir um Ähm, there is no game. Warte kurz, also so kommt es da an. Game. Game. Äh, two. Hä? Hä, doch die Buchstaben verändern sich doch, oder? Ne, game, hab ich immer noch. We, two. Hä, warte. Also, two, we gibt es? Game, what the fuck will das Spiel von mir? To, to, game. als erledigt ich bin so dumm alter I'm not a user oh mein Gott g-gay gay der ist äh Tui hobby kawaii cool der ist äh hab ich ein B naja warum würd ich ein B haben ähm oder der ist äh game What the fuck? Ui. Ui. Nein. What the fuck? Kann man irgendwie nicht sterben? Cool. Gefällt mir. Oh doch. Ich werde alle Rekorde brechen. What the fuck? Muss ich das jetzt wirklich spielen? Ui. Ui. Nein, Mann. Ich... Oha, er dodged. Easy. Es ist eben einfach das Ding wegzunehmen. Ja, in der Tat. Warte, kann ich irgendwie... Oh, warte mal. Kann ich nach rechts gehen wieder? Äh. Ha. 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 Spannend. Ha. Ha. Zusatz. No, not Glitches pro. Tut mir leid okay. Ich wollte... Äh ähm ähm äh, äh. Ich zerstöre einfach mal alles noch schnell, okay? Denken, du bist ein Verging-PC. Eine Ziege? Ich muss eine der drei Sachen finden, das mir gerade ist, wenn der Ziege... Warte, erstmal würde ich noch mal hier ein bisschen zu Ende gehen. Ich will den einen Block da noch zerficken. Lass mich den einen Block da noch zerstören, okay? Bart, Bart, Bart. Oh, Junge. Aber so klappt es dann wieder kurz wieder. Komm schon. Ja, nerv nicht. Oh, G, oh, ey, kann ich das bauen? Doch, kann ich, ja. Was habe ich? In meinen... Lass mich doch bitte erst... Ja! Oh, endlich. Cool. Der ist, äh, Goat. Soll ich schaffen, oder? Goat. Ja. Der ist a Goat. Der ist a Goat, vermute ich mal, ja. Oh, eine Ziege. Schlüssel. Oh, nein. Fliegen wir das Eichwünchen? Ja, ähm. Du bist... What the fuck, Mann? Hä? Hier ist ein Baum, aber... Kann ich irgendwie... Kann ich dich damit übernehmen? Nee. Hä? Oh, warte mal, da ist noch Wasser. Kann ich... Ja. Lol. Okay, warte. Ein Tree. Hier. So, dann hole ich noch ein bisschen mehr Wasser. Komm schon. Und noch viel weiter. Okay. Oh, da hat sich was bewegt. wird was easy. Äh... Komm her. Äh... Ah ja, warte. Easy. Easy. Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glitchy. Ja, ich werde die Welt retten. Die Züge. Nein, die Züge war eine Lüge. Eine Lüge. Ah. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Oh, Lord. alles ist schon ich hab mich ja nicht nein ach komm nein nein es ist kein ja 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 jetzt kannst du und spielen ja 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 Ähm, das war meine gute, war eine gute Abwechslung zwischen Fortnite und Fortnite, ähm, there is no game, gutes Spiel, ja, und hat Spaß gemacht auf jeden Fall, würde ich schon sagen, doch, und, äh, ja, tschau, ähm, checkt meine Fortnite-Videos ab und so, auch das hier könnt ihr gerne teilen, liken, abonnieren, das Video abonnieren natürlich, äh, mich abonnieren, und, jup, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao!